Hallo und herzlich willkommen zum Channel Mindful Biohacking. Heute mit dem Video Binaurale Beats, Entspannen und Konzentration verbessern. In diesem Video wirst du lernen, was binaurale Beats sind und wie sie dir helfen können, entspannter zu sein, dich besser zu konzentrieren und vielleicht sogar deine Meditation zu vertiefen. Fangen wir an. Was sind binaurale Beats überhaupt? Binaurale Beats sind, wie der Name schon sagt, sind Beats, also Frequenzen, die man am besten mit Kopfhörer hört. Warum? Bei binauralen Beats ist es so, dass auf der rechten Seite eine andere Frequenz als auf der linken Seite hineingespielt wird. Und das geht in einem Frequenzbereich von 30 Hertz. Das heißt zum Beispiel an der rechten Seite ist ein höherer Beat als in der linken und unser Gehirn ist jetzt verwirrt und probiert das auszugleichen. Und damit kann man sozusagen Gehirnwellen produzieren, indem man diesen Frequenzbereich so unterschiedlich macht, dass dein Gehirn dann die gewollte Frequenz annimmt. Was hat das mit den Frequenzen auf sich? Vielleicht habt ihr ja sowas schon mal gesehen. Das sind verschiedene Gehirnwellen und die werden mit verschiedenen Bewusstseinszuständen assoziiert. Das heißt, wenn wir uns jetzt ganz oben die Gammawelle anschauen, also die ist schon relativ hoch auch in der Frequenz, da sind so Sachen wie maximaler Fokus und erhöhtes Bewusstsein und diese Welle wird auch sehr wenig gemessen. Nur bei sehr erfahrenen Meditationsmeistern kann man diese Gammawellen auch nachmessen. Betawellen, da befinde ich mich wahrscheinlich gerade, ich bin wachsam und konzentriert und das ist unser Alltagsbewusstsein, kann man das auch nennen. Die Alphawellen, das sind Wellen, die mit Entspannungszuständen in Verbindung gebracht werden. Das heißt, wenn du irgendwas malst oder einfach deine Seele baumeln lässt, dann kommst du in so einen Alpha-Zustand. Thetawellen, da gehen wir jetzt schon, du siehst, es wird immer langsamer, die Frequenz wird auch weniger hoch. Das heißt, wenn du meditierst oder in tiefere Schichten eintauchst oder ganz ruhig wirst, dann kommst du in so einen Theta-Zustand. Und Delta, das ist die niedrigste Gehirnwelle, die hast du auch, wenn du im Tiefschlaf bist. Also Tiefschlaf wird auch mit Delta korreliert und das ist so ein gelöstes Bewusstsein, Heilung passiert dort auch und der Tiefschlaf. Was sind jetzt die Vorteile von den binauralen Beats? Binaurale Beats können dir eben helfen, dich besser zu entspannen, dich besser zu konzentrieren oder wie vorhin schon erwähnt, deine Meditation zu vertiefen. Das heißt, du kannst dich nach dem Video vielleicht schon auf die Suche machen, auf YouTube, auf Spotify und dort gibt es ganz viele kostenlose Versionen von binauralen Beats und du siehst dann meistens auch schon im Titel, wobei sie dir helfen können. Wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann würde ich dir Brain.fm empfehlen. Das ist eine App und ein Unternehmen, das sich speziell auf binauralen Beats spezialisiert hat und die haben sehr schöne Musik auch dabei, kostet natürlich auch was. Ich habe dir unten in der Videobeschreibung den Link hineingegeben, du kannst es dir einfach mal anschauen. Das war es auch schon mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, dass wir es für dich mitnehmen können und probierst die binauralen Beats mal aus. Ich möchte jetzt am Ende auch noch was zur wissenschaftlichen Lage, zu binauralen Beats sagen. Es ist ein bisschen schwammig. Manche sagen, ja, Studien haben dies und jenes herausgefunden. Bei meinen Recherchen war es dann so, dass es so Doppelblindstudien, die keine Effekte feststellen haben können. Ich spreche hier aus meiner Erfahrung, also wenn ich mich konzentriere oder so Deep Work Phasen habe, also Phasen besonders konzentrierten Arbeiten, nehme ich sehr gerne binaurale Beats, weil sie helfen mir erstens Umweltgeräusche abzublocken und ich habe das Gefühl, dass nach 10 Minuten mein Fokus schon um einiges besser ist. Schreib, wie geht es dir mit den binauralen Beats gerne in die Kommentare. Es würde mich voll interessieren, wie du das siehst und wenn du möchtest, kannst du jetzt hier meinen Kanal abonnieren. Hier geht es zum nächsten Video und weiterführende Links auch zu meinem Blog zu binauralen Beats findest du in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und bis bald. Ciao.